Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Abonnenten, herzlich willkommen bei Rockpower TV. Ja, ich habe ein bisschen Probleme mit den Augen, diese Krise kommt auf. Ich habe heute was Tolles für euch. Es ist ein Unboxing-Video. Und diese Unboxing-Videos sind alle gedacht, die Retro-Gamer sind. Also, alle die diese alten Konsolen lieben, wie Atari, Nintendo, PlayStation 1, Spectrum, C64, Amiga und so weiter und so fort. Liebe Grüße gehen an meinen Cousin, für den das auf jeden Fall ist, und an meinen besten Kumpel im Badischen in Dörmersheim. Und, guckt euch das ganz genau an. Wir haben ja schon telefoniert, ich habe euch das wärmstens empfohlen. Ich freue mich wie Bolle drauf, weil ich habe das entdeckt, bei YouTube, durch Zufall. Es kam jetzt erst im Januar raus, ich glaube Anfang Januar. Dann kommt das China, woher sonst? Und, ja gut, kann sein, dass es bei denen schon seit letztem Jahr es gibt, aber ist egal. Ich habe jetzt nur ein einziges Video gesehen auf Deutsch. Es gibt nur ein einziges. Der Rest ist wirklich alles auf Englisch und Italienisch und rett mich tot. Und ich konnte auf jeden Fall heraus hören, die meisten waren aber 1A begeistert. Und ich hoffe, ich bin es auch. Wie gesagt, das ist jetzt ein Unboxing-Video. Danach wird noch ein Video rauskommen, wo ich das versuche vorzustellen. Ich muss nur überlegen, wie ich das mache, weil ich habe kein Gerät, keinen HDMI-Splitter, wo ich das zwischenschalten kann. Aber ich habe mir was anderes einfallen lassen. Hauptsache ich kann es euch mal präsentieren. Entschuldigung, Bäuerchen. Und zwar, das ist das goldene Mega. Die Super-Konsole X. Ihr seht schon, das ist ein bisschen, das sieht aus wie eine Miniatur von der guten Super-Nintendo. Aber es ist ein Hammer-Teil, wenn es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, es ist heute gekommen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht ausgepackt. Das ist das erste Mal, dass ich es mit euch auspacke. Boah, ich bin richtig aufgeregt. So, hier ist die Konsole drin. Hier ist eine Mini-Anleitung für den Game-Controller. Hier ist dann nochmal eine Gesamt-Anleitung. Ich glaube, die ist auch nur in Englisch, aber ist egal, wo eben alles erklärt wird, wie die funktioniert. Und wenn man Spiele auf die SD-Karte bekommt. Das sind die Controller. Sie sind im Playstation 3-Modus, haben sie extra geschrieben. Man macht hier auf. Und setzt eine Batterie ein. Na, das kommt schon her. Wieder setzt zwei Batterien ein. Am besten wiederaufladbare. Oder wie auch immer. So. Hier sind da zwei Stück. Man kann bis zu einem Gerät, das kommt natürlich auf die Konsolen-Art an, aber auch auf das Spiel, bis zu vier Controller anschließen. Mit einem USB-Hub. Der ist jetzt mal nicht dabei. Ab und zu ist er dabei. Aber wie gesagt, das ist für mich kein Problem. USB-Hub habe ich ohne Ende. So, das sind die zwei Empfänger. USB-Format. Wo man dann ins Gerät reinsteckt für die Controller als Empfänger, wie gesagt. So, dann kommen wir zum Herzstück. Einmal Stromkabel. Das ist wichtig. Äh, okay. Hier ist er. Das ist der USB-Hub. Wie gesagt, der ist halt dann wichtig. Das lasse ich auch noch zu. Ich brauche den jetzt nicht unbedingt. Weil ich werde nicht in die Gelegenheit kommen, zu viert zu spielen. Aber das ist er, damit man zu viert spielen kann. Wie gesagt, den habe ich doppelt und dreifach. Das ist kein Thema. So. Dann ist ein HDMI-Kabel dabei. Eine stinknormale Länge. Das nützt mir manchmal gar nichts, weil ich weit weg gucke vom Fernseher. Aber egal. Es ist auf jeden Fall dabei, was ich schon einen Pluspunkt finde. So. Aha. Und so sieht das Gerät aus. Hier ist der Ein- und Ausschalter. Hier ist der Stromanschluss. Hier ist das HDMI-Kabel. Hier kann man sogar Internet anschließen. Weil man über Internet oder wie das halt richtig heißt. Bei den Netzwerkverbindungen halt auch Spiele drauf machen kann. Hier ist ein AV-Anschluss. Wie auch immer. Hier sind die zwei USB-Anschlüsse. Wo diese Teile reinkommen eben. Oder man kann auch direkt, wenn man einen Joystick hat. Gibt es ja schon diese Retro-Joystick mit USB-Anschluss. Oder ich habe sogar einen Super Nintendo Gamepad mit USB-Anschluss. Und einen normalen Nintendo. Das erste Nintendo rauskam. Wie gesagt. Das gibt es ja schon. Es gibt ja auch dafür die allerersten Xbox-Controller. Gibt es schon Adapter dafür. Und so weiter und so fort. Und man kann wirklich alle anschließen. Hier was hier gelb zugeklebt ist. Ist die MicroSD-Karte. Damit die nicht rausfällt. Weil die ist wichtig. Das Gerät gibt es mit einer 64 Gigabyte. Mit einer 128 Gigabyte. Und das größte natürlich ist 256 Gigabyte. Kostet aber auch dann das Gerät dementsprechend. Weil 64 Gigabyte kriegt man schon zwischen. Ich sage es mal ganz grob. 60 und 70. Das mit 256 Gigabyte. Kostet ungefähr so 110 bis 130 Euro. Und wie gesagt die 128 Gigabyte habe ich ausgesucht. Die bewegt sich auch so zwischen kann man sagen 70 und 90 Euro. Jetzt mache ich mal das kurz weg. Das muss man reindrücken. Da kommt es rausgeschossen denke ich mal. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von MicroSD-Karten. So aber das ist das Herzstück. Da sind die Emulatoren drauf. Da sind die Spiele drauf. Weil da ist nur der Prozessor drin. Arbeitsspeicher etc. PP. Und äh ja. Jetzt muss ich mal gucken. Ja toll. Ist eine 64 GB. Gut. Ist jetzt kein Beinbruch. Muss ich mal gucken. Deswegen war die auch so billig. Hab mich nämlich schon gewundert. Werden wir dann sehen. Ich denke mal Emulatoren sind alle drauf. Aber halt äh. Na. Spiele sind da nicht alle drauf. Gut. Ist weil es ein bisschen blöd. Das ist nur eine 64 GB ist. Da muss ich mir irgendwann mal selber eine 128er holen. Oder ein bisschen gleich eine 256. Weil ich hab noch so viele ROMs im Petto. Die hab ich eigentlich auf einer Festplatte gespeichert. An der Playstation 1. Von Nintendo 64. Von. Ach Gott. Atari. Commodore. Und so weiter. Und so fort. So. Ich bin so damit begeistert. Weil das endlich mal ein Gerät ist. Wo eben. Man stinkt normal einfach nur einen Fernseher anschließt. Zwei Controller. Einschaltet. Und man hat dann ein Menü. Mit vielen, vielen Einstellungen. Also das ist wirklich geil. Von der Sprache natürlich. Bis. Was Gott war's. Und. Die Emulatoren. Da sind Emulatoren dabei. Also für Retro-Konsolen. Ich hab zwar von denen schon gehört. Aber noch nie gesehen. Oder geschweigen gespielt. Weil. Ist auch eine kleine Empfehlung. Ich hab ein Buch. Das nennt sich ein. Konsolen- und Heimcomputer-Lexikon. Von 1972. Bis. Das aktuelle Buch. Ist gerade von 2015. Das erweitert sich immer. Wenn es. Dementsprechend. Mit der Konsole dazukommen. Was ja. In letzter Zeit. Eigentlich wenig ist. Weil ja eigentlich. Sich immer nur. Die Xbox. Nintendo. Und Playstation. Verändern. Und. Das Buch. Kann ich wirklich nur. Herbst. Werbenst du das empfehlen. Kostet ungefähr 30 Euro. Und. Da ist halt. Alle Konsolen. Und Heimcomputer drin. Wo je rauskamen. Wie viele Spiele. Davon rauskamen. Was für Spiele. Die Module waren. Eben als Cartridge. Oder als CD. Oder was weiß ich. Und. Ja. Deswegen bin ich da ein bisschen informiert. Und deswegen weiß ich. Was da auch drauf ist. Wie gesagt. Es sind. Jetzt bei der 64 Gigabyte. Weiß ich. Das sind ungefähr 33.000 Spiele. Vorprogrammiert. Und das ist eine Menge. Leute. Das ist eine Menge. Gut. Natürlich kann man sagen. Behaupte ich jetzt mal. Ganz grob. Die Hälfte kann man eine Hase füttern. Das ist halt so. Schrottspiele. Weil die Klassiker. Sind halt immer noch. Beschränkt. Auf ein paar. Stück. Und die 128 Gigabyte. Die hat. Irgendwas mit 40.000. Oder 41.000. Und die 256 Gigabyte. Die hatte natürlich nur. 51.000 Spiele. Aber gut. Wie gesagt. Das ist für mich. Jetzt persönlich. Kein Problem. Die zu erweitern. Ohne Ende. Ich muss nur wissen. Wie dies aussieht. Auf welches System. Diese. Wo ist denn die gute. Da. SD Karte. Mikro SD Karte. Formatiert ist. Weil ich weiß nur. Dass das Ganze. Auf links Basis. Arbeitet. Ja. Gibt es ja hier. Die Beschreibung. Wie gesagt. Leute. Die sich nicht trauen. Die Spiele. So manuell. Drauf zu machen. Über den PC. Da gibt es ja. Dieses Network. Wo man dann eben. Direkt. Ja. Drauf machen kann. Das war es. Mein Unboxing Video. Ich freue mich jetzt. Wie bolle. Das mache ich aber. Irgendwann heute Nachmittag. Wenn ich mal richtig. Schön Luft und Zeit habe. Die im Fernsehen. Anzuschließen. Auszutesten. Und wie gesagt. Ich werde dann. In dem Spiele. Eine Kamera aufstellen. Wo halt den Fernseher abfilmt. Damit ich euch. Das mal ganz grob. Zeigen kann. Also ein zweiteiliges Video. Das war das Unboxing Video. Also Leute. Wie gesagt. Ich bin begeistert davon. Weil. Wenn es wirklich so funktioniert. Wie ich es in den Clips. Gesehen habe. Ist das. Das mega. Das geilste. Was je rauskam. Also wie gesagt. Man kann es ja. Es gibt ja zur Zeit. Eben diese. Ich habe seit zwei Jahren. Diese Retro-Konsolen-Minis. Die sehen dann auch so klein aus. Haben auch dementsprechend. Was sie darstellen sollen. Das gibt es glaube ich schon für Atari 2600. Das gibt es für Nintendo. Für Super Nintendo. Auch für Nintendo 64 inzwischen schon. Und auch Playstation 1. Und da sind immer nur 20 Spiele vorprogrammiert. 20 Stück. Da könnt ihr mal ein paar Tests angucken. Bei YouTube. Da werdet ihr das gleiche hören. Der Nachteil ist. Bei den Spielen. Die drauf sind. Das sind die größten Schrott-Spiele. Also die Klassiker. Die man erwartet. Oder drauf fixiert ist. Die sind nie vorhanden. Ich kann es euch nur ein Beispiel sagen. Bei Atari 2600. Wenn einer da so Spiele sucht wie Centipide, Pac-Man, Moon Patrol, Sea Quest, Jungle Hunt. Der sucht da vergeben. Sie sind nicht drauf. Leider nicht. Aber egal. Und hier ist halt der Vorteil. Es sind über 50 Konsolenarten. Ich weiß nicht ganz genau. Ich nagel mich da nicht fest. Und die Konsolenarten wo da drauf sind. Da sind verschiedene Spiele drauf. Das heißt aber es gibt eine Konsole. Die hat nur manchmal 20 Spiele. Bei der PSP. Die ist auch mit drauf. Natürlich der Handheld von Playstation. Da sind zum Beispiel knapp nur 20 Stück drauf. Wundert mich auch nicht. Ich habe mal ein Video gesehen. Von allen PSP-Spielen. Wo je rauskamen. Ja drei Viertel davon sind alles japanische Spiele. Klar die will keiner haben. Kein Europäer. Und da sind vielleicht drei Viertel dabei. Wo ich sage okay. Die kann man auch zocken. Gerade die Kampfspiele. Weil der Rest ist halt immer japanischer Untertitel. Japanisches Bla Bla Bla. Und kann man vergessen. Deswegen wunderbietend nicht. Dass es bei der PSP noch so wenig Spiele gab. Aber trotzdem gibt es mehr wie 20. Das ist auf jeden Fall glasklar. Klar natürlich bei Super Nintendo sind es fast über 1000 Spiele. Jetzt bei der 64 GB wahrscheinlich ein bisschen weniger. Aber wie ich schon erwähnt habe. Das ist null Problemo für mich. Ich muss mir halt nur eine 128 GB bei Karte holen. Und die dann rüber kopieren. Da gibt es auch eine Anleitung dafür. Da gibt es auch einen Videoclip dafür. Und dann kann man das erweitern ohne Ende. Das war das Artboxing Video. Das Super Konsole X. Ich bin richtig aufgeregt die auszuprobieren. Weil man kann wirklich verdammt viel machen. Wie gesagt. Ich werde dann die Konsolenarten aufzählen. Da ist wirklich alles dabei. Atari 2600, Atari 5400, 7200. Atari Lynx ist dabei. Atari ST Computer. Wie gesagt. C64 Commodore. Amiga 500. Der Amiga 800 ist glaube ich dabei. Oder 1200. Ich weiß nicht ganz genau. Es ist der Spectrum ZX dabei. Dann eben. Ich glaube sogar ein. Apple Computer aus den 80er Jahren. Dann wie gesagt. Alle Nintendo. Bis Nintendo 64. Es ist das Sega Master System. Sega Genesis oder Mega Drive. Sega Dreamcast. Playstation 1. Da ist bei Playstation dann Feierabend. Da ist dann eben nur noch die PSP dabei. Die Portable. Eine Menge. Game Boy. Game Boy Color. Game Boy Advance. Nintendo DS ist sogar dabei. Nintendo DS. Nicht der 3DS. Aber der stinknormale DS. rauskam. Ich habe denjenigen. Der das Video auf Deutsch rausgebracht hat. Dann geschrieben. Und gesagt. Junge. Das Highlight wäre jetzt für mich. Wenn noch 2 Stück dabei wären. Und zwar der Gamecube. Und der Playstation 2. Aber dafür ist das Gerät. So wie ich den verstanden habe. Ein bisschen zu schwach. Kann aber irgendwas sein. Dass es das rauskommt. Von einem halben Jahr. In einem Jahr. Kann sein. Dass die dann mit drauf sind. Dass da ein stärkerer Chip verbaut ist. Dass da mehr Power erforderlich ist. Und so weiter. Das war es liebe Leute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hat es euch gefallen. Wisst ihr. Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Und freut euch auf den 2. Teil. Wenn ich es vorstelle. Wenn alles hoffentlich klappt. Dann bin ich selber mal gespannt. Wie ich das technisch löse. Weil wie gesagt. Ich habe so ein Gerät. Wo man dazwischen schaltet. Dass man Konsolenspiele auch aufzeichnen kann. Leider nicht. Ich habe mich jetzt mal kundig gemacht. Okay. Die kosten echt nicht mehr. Und wenn man braucht da mal ein HDMI-Spieler. Und dann Chapter Card. Oder Chapter Card. Wie die heißen. Das sind zusammen 20. Das 30 Euro sein. Und dann müsste das funktionieren. Wie gesagt. Das muss ich noch ausprobieren. Das muss ich mir auch mal zulegen. Kann ich so jetzt nicht sagen. Ich werde es halt abfilmen. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.